Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Heute machen wir wieder einen Pleiteticker, denn mal wieder eine Modefirma, ein Modehändler ist pleite. Die Firma Zapata hat Insolvenz angemeldet und dann heißt es in der Mainpost, nächste Insolvenz. Würzburger Modehändler Zapata steht vor dem Aus und das Ganze ist schon vom Ende letzten Jahres und voraussichtlich zum 1. Januar 23 sollte das Insolvenzverfahren starten. Ich konnte dazu aber keine aktuelle Nachricht finden. Das Einzige, was ich hier noch aus dem Ende letzten Jahres gefunden habe, Zapata ist erneut Insolvenz, heißt es nämlich hier. Und die waren bereits 2016 in der schlechten Situation, fast 40 Jahre in Süddeutschland aktiv. Wenn ihr den Laden kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Mir sagt er nichts. Hier in NRW ist mir das nicht bekannt. Nichtsdestotrotz, es ist doch wieder mal ein Armutszeugnis. Es ist doch ein Armutszeugnis, denn es liegt ja ganz klar an verschiedenen Gründen. Es liegt zum Beispiel an den Lockdowns, die stattgefunden haben, das teilweise nicht verkauft werden durfte, dass die Leute nicht hingegangen sind zu Geschäften etc. Dass man es madig geredet bekommen hat, auch bei ganz vielen. Und natürlich auch die finanzielle Situation durch die Inflation und durch zahlreiche andere Vorkommnisse wie Kurzarbeit oder ähnliches. Dass die Leute sagen, ja sorry, aber bevor ich mir jetzt noch den dritten Pullover kaufe, trage ich lieber meine zwei Pullover weiterhin oder trage den einen Pullover, den ich habe, leider noch drei, vier Jahre länger, bevor ich mir jetzt was Neues kaufe. Und das ist nachvollziehbar. Und dementsprechend, ich habe mir die Seite auch mal angeguckt. Das ist das hier, zapata.de. Ja, hier ganz klassisch unterteilt zwischen Frauen und Männern. Darf man das eigentlich bei Mode noch? Ist auch nicht mehr ganz so aktuell. Ja, wer tragen kann, für mich wäre das jetzt hier in der Frauensektion nix. In der Herren sehe ich mich jetzt auch nicht so, aber ihr seht das ja auch. Ich trage ja auch die absoluten Standardkleider. Ja, weiß ich nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wir können hier aus Spaß nochmal in den Männerbereich reingucken. Ja, das ist jetzt nix Neues. Was ist das? Ach, Tom Taylor, habe ich mal gehört. Sweatshirt, was kostet sowas? 90 Euro. Ja, Prost, Mahlzeit. Genau. Wer zahlt 90 Euro für ein Pullover? Ich habe für diesen hier 14,99 bezahlt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hatte schon ein schlechtes Gewissen. Also für Kleidung, Mode habe ich persönlich wirklich gar nichts übrig und sehe ich es auch nie ein, relativ viel Geld zu bezahlen. Wirklich nicht. Jack and Jones ist ja auch so was Bekanntes hier. 10 Euro für eine Boxershorts. Muss man sich offensichtlich leisten können, was es hier gibt. Das ist ja Wahnsinn. 30 Euro für ein Polo. Ja, andere Gehaltsklasse, dann kann man sowas halt machen. Wisst ihr, ich habe jetzt gerade so den Spruch einfach so flapsig gesagt, wenn man es sich leisten kann nach dem Motto. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, die wir sehen. Wir sehen eine ganz klare Zweiklassengesellschaft zwischen Arm und Reich, geht die Schere immer weiter auseinander. Und das sage ich ja schon sehr, sehr lange. Und immer mehr sehen wir das. Denn fahrt mal in relativ größere Städte. Guckt euch mal an, wie gut es Menschenleuten da geht. Die gehen morgens bis abends ins Restaurant, hast du das Gefühl. Jeden Tag siehst du dieselben Gesichter, wenn ich vorbeijogge an manchen Restaurants oder so, dass du denkst, ja, da steht wieder das gleiche Auto vor der Tür. Oder auch zahlreiche Leute, die so viel Geld haben, dass sie sagen, bevor es die Inflation auffrisst, kaufe ich mir lieber ein neues Auto. Kaufe ich mir einen Porsche anstatt einen BMW. Ich habe es ja, kein Problem. Auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die sich das Essen gehen schon gar nicht mehr leisten können. Die Flaschen sammeln müssen, auch in jüngeren Jahren schon. Die einen Zweitjob annehmen müssen, um über die Runden zu kommen, etc. pp. Also wir sehen ganz klar dieses Auseinandergehen. Und warum sage ich das jetzt bei diesem Video, speziell bei Zapata? Deswegen, weil ich hier ganz klar sehe, dass der Laden mit einem Polo für 30 Euro oder auch einem Hoodie, so einem Pullover für 90 Euro zu billig ist. Zu billig für die Leute, die richtig Kohle haben, die sagen, nee, nee, kann ich mir leisten, gebe ich lieber 200, 300 Euro für ein Pullover aus. Ja, so Leute gibt es sehr, sehr viel in diesem Bereich. Oder aber, er ist zu teuer für die Leute, die es sich nicht leisten können, die sagen, nee, da gebe ich lieber 10 Euro, 20 Euro für ein Pullover aus. Und ein Polohemd kriege ich auch für 8 Euro oder 12 Euro irgendwo. Ich glaube, das ist genau das Problem, dass die in diesem Midrange-Preisbereich waren. Aber schreibt mir eure Meinungen rein. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.